Mach mal vor. Ich verzauber dich in ein Tier. Okay. Verzauber mich. Du musst dich auf den Boden setzen. Lies den letzten Satz, dieses jetzt, ab jetzt nochmal, genau, schau genau hin, was da steht. Da? Bei deinem letzten Satz. Ja. Nein, was du zuletzt gesagt hast, so meine ich. Ich kann zaubern. Was kannst du zaubern? Ich kann Tiere zaubern. Mach mal vor. Ich verzauber dich in ein Tier. Ich kann zaubern. Auch in ein Löwen. Dann verzauber mich. Ich kann zaubern. Mach mal vor. Ich verzauber dich. Hey, was verzauberst du mich? Jetzt sind wir durcheinander gegangen. Mach gar nicht so, fangen wir einfach nochmal an. Ich kann zaubern. Was kannst du zaubern? Ich kann Tiere zaubern. Also, jetzt bin ich durcheinander. Ich kann zaubern. Ich kann zaubern. Was kannst du zaubern? Ich kann Tiere zaubern. Mach mal vor. Ich verzauber dich in ein Tier. Auch in einen Löwen? Auch in einen Löwen. Ja, der Damm verzauber mich. Apacadabra. Dreimal brauner Löwe. Ich kann einfach hier so stehen bleiben. Setz dich auf den Boden. Okay, setz mich auf den Boden. Ich sitz auf den Boden. Okay? Lege diese Decke über dich. Okay. Und nun? Apacadabra. Dreimal brauner Löwe. Ich merke nichts. Dann noch einmal. Apacadabra. Dreimal brauner Löwe. Ich merke immer noch nichts. Wie bitte? Ich merke immer noch nichts. Dann noch einmal. Apacadabra. Dreimal brauner Löwe. Jetzt nehmen die Decke weg. Und? Was siehst du? Da sitzt leider kein brauner Löwe, sondern nur ein kleines Kamel. Die Decke weg. Vielen Dank.